Dürfen wir vorstellen? Das ist Lothamana-Guterra. Die 17-jährige Brakerin ist das perfekte Beispiel dafür, dass mit der oft gescholtenen heutigen Jugend durchaus noch zu rechnen ist, wenn es um soziales Engagement geht. Ein Tag bei der Abiturientin sieht nämlich ungefähr so aus. Sportsachen schon mit zur Schule schleppen, nach der achten Stunde gleich zum Training, vom Training nach Hause schnell duschen. Ja, dann Nachhilfe oder eben Deutschkurs geben oder nach dem Training noch zum Tauchen. Einfach, ja, manchmal habe ich mich das eigentlich ehrlich gesagt auch gefragt, wie ich das alles schaffe. Denn im Grunde kommt Lothamana-Guterra fast nur noch zum Schlafen nach Hause. Die Liste ihrer Ehrenämter ist unfassbar lang. Zweimal die Woche habe ich Leichtathletik. Dienstags trainiere ich da unsere Kleinen mit. Jetzt seit zwei Jahren ungefähr. Dafür habe ich auch meine Jugendleiterkarte gemacht. Die hätte ich vorher schon von der Kirche einmal gemacht, aber für Sport braucht man eine andere. Deswegen habe ich die dann auch noch gemacht. Ja, dann habe ich noch DLRG-Training montags. Da bin ich auch immer erst einmal da und passen mit auf die Kleinen auf. Da bringen wir denen halt Schwimmen bei. Und Juniorretter heißt das, das ist für die ganz Kleinen. Und danach habe ich Selbsttraining. Da bin ich Rettungsschwimmerin. Und, und, und. An dieser Stelle wirklich jedes Engagement aufzuzählen, würde wahrscheinlich den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Oder um es anders zu formulieren, ein Arzt könnte bei der jungen Frau durchaus ein ausgeprägtes Helfer-Syndrom diagnostizieren. Das bewies sie auch im vergangenen Jahr, als die Flüchtlingswelle Deutschland erreichte. Für die DLRG half sie als eine der jüngsten Helferinnen in der frisch eingerichteten Notunterkunft Örbke in der Nähe von Bad Fallingbostel mit. Dort kümmerte sie sich um die Kleiderkammer sowie die medizinische Versorgung. Dafür bekam sie extra eine Woche schulfrei. Wieder zurück in der Heimat begann Lotta auch in der kurz darauf eröffneten Braker Unterkunft Schutzsuchenden zu helfen, indem sie unter anderem Deutschkurse gab. Ja, dann habe ich auch eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, wenn ich da wirklich sieben Tage die Woche, 24 Stunden da wäre und nichts zu tun habe und ich kann die Sprache nicht und ich weiß gar nicht, wie es da abläuft, dann würde ich mir auch wünschen, dass irgendwie mal jemand kommt und sagt, hier, ne, so läuft das hier, ich helfe dir, ich bring dir jetzt mal meine Sprache bei oder wenigstens den Anfang. Daraus entstanden zahlreiche neue Freundschaften, die bis heute bestehen. So viel Engagement für andere Menschen. Da huscht selbst Papa Willi, mit dem die Schülerin übrigens auch noch Training beim Eistockschießen gibt, vor lauter Stolz ein Tränchen ins Auge. Sicher, ich mache mir das absolut stolz, aber ich würde die nächste Stufe gehen, aber die gibt es ja nicht irgendwie. Oberstolz, das macht mich sehr, sehr stolz. Ich bin echt tief beeindruckt. Ich bin sehr stolz, sehr, sehr stolz auf meine Tochter. Ich will nicht sagen, sie will die Welt retten, aber sie hilft, ist herzenslieb und man merkt es eben halt auch in ihren Wesen und so. Und ja, das macht mich, also, das ist so, was Lotta ausmacht. Die möchte immer anderen gerne helfen. Gute Nachrichten für die Kreisstadt an der Weser. Auch nach dem Abitur, was sie mit der Note 1,6 bestand, möchte Lotta in Bracke bleiben. Bei der lokalen DLRG-Gruppe, bei der sie nebenbei eine zeitintensive Ausbildung zur Rettungstaucherin absolviert, möchte die 17-Jährige ihr freiwilliges soziales Jahr verbringen. Damit steht außer Frage, warum Lotta Managuterra unsere hochverdiente Brackerin des Jahres ist.